Wir haben den zweiten Teil aufgehört mit einem Kick, hinten kreuzen, Vierteldrehung nach rechts und ein Schritt vorne mit dem linken Fuß. Jetzt kommt unser nächster Teil. Wir fangen mit einem Mango-Step an. Vorne, Platz, hinten, Hold. Drei Schritte nach hinten, links, rechts, links, nochmal ein Hold. Dann ein Coaster-Step, mit dem rechten Fuß angefangen, Coaster-Step, Hold. Auch noch mit Zählen, den linken Fuß noch am Ende vom letzten Teil und dem vorherigen Kick, hinten kreuzen, Vierteldrehung vor. Und jetzt. Eins, zwei, drei, auf vier, ein Hold. Fünf, sechs, sieben, acht ist ein Hold. Fünf, vier.